... Musik ... 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 Hallo und herzlich willkommen ... ... zum zweiten Teil von Marvin Smithens ... ... Musik ... ... so jetzt muss ich hier nur ... ... Musik 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 ... nein das darf das wohl nicht wahr sein echte so an schon weniger es klappt das so 0 von 37 so kommen wir gleich mal hier an den lüften hier ist nichts ist hier irgendwas nein aber hier haben wir alle geholt hier ist noch was hier ist noch was dich nehmen wir auch noch mit so nein kalt da unten aber so wir müssen da noch mal hoch jetzt noch mal so 1 das klappt ja super so was gehen wir hier hoch hüpf kleiner marvin hüpf so so was kriegen wir dich so haben wir ich weiß jetzt nur nicht so ich mal der hier so ich glaube wir sind wir relativ schnell durch das heißt wir gehen hier mal wieder runter lassen uns erzählen naja die eine schneeflocke ich will ja eine schneeflocke noch bevor wir die nicht haben gehen wir nicht weiter tut mir leid ich will alles gründlich haben so das heißt dann muss es nein das gibt's doch ziemlich verarschen also gut letzter versuch wenn wir es jetzt nicht wenn wir es jetzt nicht hinbekommen dann ja gehen wir halt weiter ok noch ein versuch so na also geht doch so jetzt können wir nicht weiter und wie viele wenn es noch noch zwei schneeflocken noch zwei so ich glaube da kommen wir vorbei werden wir höher fliegen können beziehungsweise höher springen können so train tracks so da schauen wir doch mal ist hier irgendwas nein hier ist nichts aber hier ist was ich sehe es doch genau hier ist ein kleiner elf der hat so oh da oben so haben wir auch so dann muss es jetzt hier noch irgendwie was geben nein heute mal nicht was ist das überhaupt ja ja okay ich nehme mal einfach noch mal eins so 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 ja wei-nachtern wei-nachtern kommt bald wei-nachtern ist schon vorbei aber ja machen das nix draus jeder hat irgendwie seine Beutelben so ähm hm Alter. Puh. Ich will gar nicht wissen, wie tief es da drunter geht, habe ich ehrlich gesagt. Ja. Ist das die Uhr? Nee, ne? Alter, wir räumen hier auf, liebe Kinder. So wird's gemacht. So. Yippie. So, können wir eigentlich auch... Ja, es geht, tatsächlich. So. So, da hinten, da hat's aber noch eine ganze Menge. Lassen wir uns nicht entgehen. Das müsste doch hier irgendwo noch welche geben, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, da unten müssen noch irgendwie welche gewesen sein. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Okay, hier geht's nicht weiter. Das heißt, da geht man einfach hier drauf. 29 von 37, okay. Und auf in die nächste Runde. So, und hier haben wir schon die ersten zwei. Das ist doch die Uhr, ich weiß es doch ganz genau. Oh, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch ganz genau. Oh, ich weiß es doch nicht. So. So. halt hier halten wir an haben wir noch nicht hier oben jetzt auch noch so 12 bei der mutter muss ich glaube auch noch was geben also beim haus gucken einfach mal so komme ich hier auf den kamin irgendwie drauf nein komme ich hier so immer noch 16 von 21 das heißt halt war da nicht nein war nur eine einbildung okay dann müssen wir wahrscheinlich alle irgendwie dahin sein so hier werden jetzt immer noch neun stück oder mehrere die holen uns alle jetzt so das leben ja bei seite geschafft die zwei am anfang hier oben ja kommen wir noch nicht hin da zu fliegen noch nicht zu hoch genug das heißt wir brauchen mehr schneeflocken ja haben wir so zeigt her euch schneeflocken zeigt her ob wir zappen zeigt her bitte wer ist hier haben wir auch noch nicht hoch aber dafür kommen wir jetzt an die schneeflocke ran oder auch nicht knapp daneben ist auch vorbei so noch eine fehlt uns das ist wahrscheinlich die da oben oder es ist die ich weiß es gar nicht nein da oben so wir hier haben wir alle das Prozent freut mich so hier fehlen es noch acht stück die kriegen wir auch noch wahrscheinlich hier oben irgendwo das heißt wir müssen dann irgendwie da oben ich sehe sie doch genau nachdem ich weiß gar nicht ob das überhaupt dann passt aber ich war wie warum nicht na ja klar so lustig und auch immer noch immer noch fünf stück die sind da oben da kommen wir leider noch nicht hin das heißt wir müssen später wieder kommen die sind da oben versteckelt dann hier ist nichts hier oben hier ist noch ein So, ein Fuchs, 3 von 11. Wir haben doch erst 2 gezeichnet, oder? Ich weiß es gar nicht. So, gibt es hier noch irgendwas? Nein. Obwohl, da oben da hat irgendwas geglitzert. Ne, das war eine fliegende und kann nicht. Ich hatte gehofft, dass wir da hoch schwingen können, aber augenscheinlich nicht. Eine fehlt uns. Nein, noch 3. Bald sind es nur noch 2. So. Hier ist nichts. Da oben müsste, glaube ich, noch... Das heißt, wir müssen jetzt irgendein... ...wie hier hochkommen, aber ich weiß noch nicht mehr, wie. Wahrscheinlich müssen wir dann da irgendwo mit dem Schlitten hoch. Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, wir müssen da mit dem Schlitten hoch. Und wie kommen wir jetzt da hoch? Das, äh, frage ich mich. So, so, so. Okay, wir haben den Schlitten. So, halt, 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 halt. Nein. So. Schlitten mit dem, der, so. Ähm. Alter, der geht ab mit seinem Schlitten. Das ist, äh, ja, feierlich. So. Hä, willst du mich eigentlich... So. Na, also. Warum geht's... So. Hier müssen sie... Ähm. So, hier haben wir auch alle. Oder... Ja. So, wie viel will ich hier noch zehn Stück? So, jetzt geht's hier ein bisschen ans Aufräumen. Das ist nicht jedermanns Sache, aber... Ja. So. Haben wir auch. Lalalala. Ähm. Ja, da sind wir da die Elfen. Die helfen den Elfen. Nein. Da kommen wir immer noch nicht hoch. Nein. Ähm, ja, da sind die wahrscheinlich da oben. Ja. Oder da unten. Halt, 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 halt. Ich will jetzt hier noch zwei Stück. Gucken wir, ob wir die kriegen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die müssen... Da irgendwo sein. Hier fehlen uns auch noch... Sechs Stück. Sechs fehlen uns noch. Genau, noch sechs. Ich glaube... Wir müssen hier mit dem Schlitten fahren, habe ich gerade so. Das Gefühl. So. Ich weiß es schon noch nicht mehr. Kommen wir hier auf diese Stange? Ich weiß es gar nicht. Nein. Können wir nicht. Dann gehen wir einfach mal wieder zurück. Äh. Was müssten wir eigentlich hier? Genau, jetzt kommen wir hier raus. Huch. So. Die Fackel, können wir die mitnehmen? Nein, können wir nicht. Ich würde hier auch noch mal Schlitten auspacken. Ja, ich würde hier noch mal Schlitten wegstecken. So. 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 Jetzt müssen wir hier noch mit dem Schlitten fahren. Das ist... Das ist... Oder vielleicht... Müssen wir das auch gar nicht mit dem Schlitten machen. Vielleicht können wir da auch irgendwie... Wenn wir ganz viel Glück haben, da hinsch... Ja! So, das ist geil. Ich freue mich. So. Ähm. Hier geht's auch unter... Hier gibt's nichts mehr. Ich fühl mich inzwischen so schwerelos. Ich würde hier gerne mal speichern. Ich weiß... Ich weiß allerdings nicht, was dann passiert, ne? Also... So, zwei. Nein! Ich will gar nicht nach Hause. So. Fui. Alter, huch! Ist das die Uhr? Das ist jetzt auch die Musik, wenn kurz die... Kurz danach die Uhr kommt. Ich weiß es gar nicht. Aber ich meine, ja. Huch! Ich meine, ja. Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, da oben... Habe ich sie doch gesehen. Kommen wir... Nein! Noch nicht hin. Ja. Jetzt aber. Nein. So. Hier oben vielleicht, wenn wir hier etwas Glück haben. Huch! Alter! Das war ganz schön knapp. So. Die letzten... Die letzte Schneeflocken kommen wir jetzt auch noch. Ja, hier haben wir auch alle. Das, äh... Ja, ist doch cool. So. Das ist doch die Uhr. Ich höre es doch ganz genau. Das spielt keine Rolle mehr, ob wir jetzt da hochkommen oder nicht. Es ist, äh... Ich hätte mal interessieren, was die Mutter sagt, wenn wir in der Luft sind, beziehungsweise was dann passiert. Und... Ob wir dann... Ob sie uns dann da runter klatscht. Ich weiß es gar nicht. Ja. Und damit beende ich auch schon heute die Folge wieder. Und... Dir danke fürs Zuschauen und schreibt doch einfach irgendwas in die Kommentare, was euch gefallen hat, was ich Dexter mal machen sollte. Irgendwelche Reimer finden, was weiß ich. Bis zur nächsten Folge und ciao! Bis zum nächsten Mal.